äh gibt sie kein safe place hier irgendwie spiel laden oder so ach du scheiße du bist dabei ein neues spiel zu starten dein freudiges spielstand wird gelöscht ach so ja okay ja mach mal oi 新しい企画できたか えっ きっかくだよ なにぼーっとしてんだよ うちみたいな弱小映像会社はとにかく新しいものをいっぱい作っていかないとなんだよ わかるだろう ああ バカいんだから足を使え足を 新しい情報 流行りなんかは置いてるか いいえ 最近は使われていない家なんかでキムダメシ的なことをするのが流行ってるらしいぞ おー verlassene gebäude erkunden klingt sehr gut この家 ここなんか奇妙な家らしい えっ まさか自分が行くんです お前がいに誰が行くんだよ カメラ忘れずに持っていけよ いい映像撮れるまで帰ってくるんじゃねーぞ 見てみろ お前がいに 何を見るか ものでしたか を 前に 人気をもたくて寝るまで計画していけるか やつ られるか ターリーフ お前を見るか より あ ヤツ so ist besser kisten 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 eigentlich sollte ins haus ich weiß ob ich jetzt erstmal hier yo geil eine scheiß blog tier chat gästezimmer gästezimmer direkt neben klo psoa sehr schön boah alter das spiel ist ja echt laggig so dass die grafik nicht mal so geil ist ja jetzt gehen wir ins haus irgendwas ist hier drin irgendwas ist hier drin hallo verkackte vögel hier ich wollte doch was ist das für ein achievement gerade gewesen irgendwelche zahlen was bist du denn für einer ok da gehe ich nicht hier geht es auf da ist ein stuhl warte mal ich geh jetzt nochmal warte mal da irgendwas irgendwas geht da irgendwas ist da was was haben wir denn mit okay okay wir können ja nun nicht spielen aber der macht nichts damit okay da duscht wo ist jemand guck mal eine ente warum hat man hier eine ente wenn man nur eine dusche besitzt enten gehören in den in die badewanne da kommen wir eh nicht rein ach das ist das wasser was hier läuft okay irgendjemand ist doch hier warum bringt da das fenster kann ich jetzt rein auch nicht kann nicht in die dusche was ist denn das hier für dreck oh jetzt ist ein tape da warte mal hier war doch fernseher oder da ob es geht da die beten da ist zensierte leiche datenschutz datenschutz ernsthaft warum sind die gesichter zählt sie hat keine bildrechte heimlich fotografiert und dann scheiße können wir nicht machen scheiße solche bildrecht denn ohne besitzen ich möchte hier raus lassen die halt mal beten auch nicht darf nirgends hin was du jetzt machen mit dir soll die von hinten auf den kopf schlagen so was bist du soll ich jetzt hier Ich kann halt nichts machen. Aber jetzt dreht der um, oder? Ja. Wir können hier nicht. Wir dürfen nicht hier raus. Normal Achievement 12. Also was muss ich machen? Da oben ist was, aber es bringt nichts. Es bringt auch nichts. Es bringt nichts. Was soll ich denn jetzt machen? Habt ihr eine Idee? Soll ich das Kreuz aus der Hand nehmen? Geht auch nicht. Wir haben keine Bildrechte, deswegen. Datenschutz in Deutschland, weißt du? Was soll ich machen? Hallo Tweety. Chat, was soll ich machen? Soll ich das Licht ausmachen? Ich habe hier keinen Lichtschalter. Ich kann nur hier raus. Der dreht hier um. Ah. Okay. Okay. Schon wieder ein totes Huhn, oder was? Hä? Grab. Grab dem Huhn ein Grab. Das ist doch ein Vogel. Das ist doch ein Vogel. Hallo? Das ist doch ein Vogel. Hallo? Wer ist da? Im Klo? Seid gegrüßt. Ich komme um vor Hunger. Ich bin ein toten Vogel. Ja, eigentlich würde ich jetzt reinkacken. Aber du bist ein Vogel. Das Latrinenmonster. Ja, Mann. Also, bring den toten Vogel her. Schmeiß ins Klo, das Mistviech. Bevor es uns beim nächsten Kacken die Eier abbeißt. Hier. Im Klo, oder? Müssen wir jetzt ins Klo? Was ist das? Warum schwebt der Zeit? Ja, egal. Wir gehen jetzt zum Klo. Oh! Da ist jemand. Guck mal, da ist jemand im Klo. Das weiß ich nicht, Yusuke. Aber das ist doch hier drüben. Das ist nur der Vorhang. Okay, wir gehen zum Klo. Achievement 18. Äh. Falsch. 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 Falscher Weg. Ähm. Nicht Vorhang. Juck mal. Juck mal. Juck mal. Juck mal. Juck mal. Juck mal. Du verdammter Scheiß Igelmann. Juck mal. 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 Gucken wir uns das Tape an. Wir sind im Klo eingesperrt, wir sind eingesperrt, Karpfen, ich muss schon Karpfen, ab dahin, ok, warte mal, was war hier jetzt nochmal? Nichts. Habt ihr einen Karpfen gesehen? Bestimmt im Haus, oder? Ah, da. Ach, wir angeln jetzt, natürlich. Ist das ein Karpfen? Also, ich bin ja wirklich kein Fischer, ne, aber das ist, bei 100 Jahren ist das kein Karpfen. Also ein Koi, ja, Koi. Was? Hä? Hä? Was ist denn da zensiertes? Hier zensiert? Den Fisch ohne Kopf, oder was? Ich begehre nicht den Leib des Fisches, trenne den Kopf ab und bringe ihn just zu mir. Oh, das machen wir schon. Wen lassen wir jetzt? Wo ist denn mein Igel? Ja, ok, müssen wir jetzt. Hallo? Bist du? Nein? Ok. Was ist denn hier zensiert? Ein toter Frosch, oder was? Ein toter Frosch, oder was? Kannst du doch mit ihm reden, oder was? Ah, Igel Köpfen, oder? Wo köpfe ich das Viech jetzt? Hä, wo köpfe ich den? Bei dem zensierten hier will er nichts. Schelzern. Begraben können wir auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Auf einem Holzblock mit Axt. Ja, aber wo? Ist hier irgendwas? Ne, auch nicht. Was ist denn hier hin? Ah, hier geht's ins Haus. Ach, das wusste ich nicht. Ach, das wusste ich nicht schon. Klatscht das Viech gegen das Klavier? Wo ist denn die Küche? Hier irgendwo ging's doch auch vorhin, oder? Da müssen sie auch geraten, tut das nicht. So, wo haben wir die Küche? Was ist los? Was hast du denn da? Was ist los? Was hast du denn da? Was hast du denn da? Ja! Schneid ihn ab! Komm damit nicht näher! Geh und schweiß ihn weg! Ja, Papa! Es ist dein 200 Euro Käufisch, aber okay! Köpf das Ding jetzt! Was ist das? Was ist das? Eine Säge! Huh! Nehmt ihr grad eine Holzsäge dazu? Was ist das für ein hartnäckiger Kopf? Sag mal! Entweder ist die Sägescheiße oder der Fisch ist einfach ultra krass! Alter! Warum? Warte, wie viel geköpfte Fische! Warum waren wir hier drin? Warum köpfen wir Fische in einem Schrank? Haben wir sonst keine Hobbys, wie in Schränken Fische köpfen? So, Jalla hier hast du deinen Kopf!